Der Fendt 700 Vario entwickelte sich seit der ersten Vorstellung 1998 zur meistverkauften Traktorenbaureihe mit stufenlosem Fahrantrieb. In der dritten Generation wurde die Leistungsfähigkeit des Grundfahrzeugs nochmals gesteigert und die Baureihe mit dem Top-Modell, dem 718 Vario, nach oben erweitert. Damit stehen Ihnen vier Modelle mit einer Maximalleistung zwischen 130 und 180 PS zur Verfügung. Bei schweren Zugarbeiten auf mittleren Gemischtbetrieben, als Pflegeschlepper auf Großbetrieben oder im überbetrieblichen Einsatz. Der 700 Vario ist die erste Wahl. Seine Vielseitigkeit ermöglicht die praktisch permanente Auslastung. Der Schlepper rechnet sich. Für die kraftvollen Antriebe von Anbaugeräten bietet er ein umfangreiches und hochwertiges Zapfwellenmanagement mit Anlaufautomatik. Die Hydraulik der 700 Vario-Baureihe ist auf Leistung und Flexibilität ausgelegt, wie sie von modernen Arbeitsgeräten verlangt wird. Für schnelle Hubbewegungen und hohe Ölfördermengen sorgen die Load-Sensing-Hydraulik und die elektrischen Hydraulikventile. Mit dem Vario-Antriebskonzept von Fendt erzielen Sie maximale Flächenleistung und sparen gleichzeitig Arbeitszeit und Kraftstoff. Und das bei jedem Einsatz, ohne Kompromisse. Die Vario-Vorteile erleben Sie im Feld, beim Tanken und auf der Straße. Wer besonderen Wert auf schnellen Transport bei höchstem Komfort legt, wer volle Sicherheit und hohe Nutzlastreserven zu schätzen weiß, wird von der 700 Vario-Baureihe restlos begeistert sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017